Schließt Sarah Harrison, 30, weiteren Nachwuchs aus? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat in ihrem Partner Dominic Harrison, 30, ihren Mr. Right gefunden. Die beiden sind seit 2017 verheiratet und haben inzwischen zwei gemeinsame Töchter namens Mia Rose, 4, und Kühler 1. Die zwei aufgeweckten Mädels halten ihre Eltern ganz schön auf Trab. Darum kann sich Sarah derzeit eher nicht vorstellen, noch ein Kind zu kriegen. In einem QA auf Instagram wollte ein Fan gerne wissen, ob Sarah und und Domi sich noch weitere Kinder wünschen. Schwanger sein ist schon toll, aber meine zwei Weiber reichen mir aktuell. Ich habe sehr aktive und wilde Kinder und noch ein weiteres mit dieser Energie ist aktuell zu viel. Antwortete die zweifache Mutter. Zwar wolle sie eine weitere Schwangerschaft nicht komplett ausschließen, sie und ihre kleine Familie würden sich aber momentan komplett fühlen. Tatsächlich werden Sarah und Dominic rund um die Uhr von ihren beiden Töchtern beschäftigt. Gerade hat Kühler zum Beispiel mit Schlafproblemen zu kämpfen. Sie schläft echt nicht gut und meistens zwischen uns. Hoffen sehr, dass sich das bald ändern wird, erzählte die YouTuberin. Und sie schläft. Bis zum Beispiel mit Schlafproblemen. Untertitelung. BR 2018